Hallo zusammen, wir befinden uns oberhalb von Geroldstein in der Eifel und wir haben die Nacht zum 5. Dezember 2022 und wir haben den ersten richtigen Schnee es hat zwar schon geschneit dieses Jahr, aber es ist jetzt zum ersten Mal, dass es richtig liegen bleibt so 2-3 cm liegen schon, es ist immer noch am schneiden und da schauen wir mal, was da so bis morgen noch umkommt so 2-3 cm liegt so 3-3 cm so 4-3 cm Amen. 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 Amen.